Hallo, mein Name ist Abhanob Shenouda, geboren bin ich in Ägypten. Mit 14 bin ich nach Österreich gezogen, habe meine Lehre in Wamprohof in Villach aufgemacht. Dann habe ich meinen Weg weitergetan in Schloss Seefels im Werthersee. Dann bin ich nach Wien ausgegangen und habe da weiterhin meine Erfahrung gesammelt, den Mendel am Graben. Dann bin ich mit meiner Partnerin nach Schweiz gezogen. Dann habe ich dort als Küchenchef für das Fünf-Sterne-Superium-Hotel gearbeitet, habe drei Restaurants geleitet und dann bin ich zurückgegangen und dann wollte ich mich selbstständig machen mit meiner Partnerin und war das Restaurant-Idee. Ein Jahr später haben wir uns entschieden, das Restaurant zu eröffnen in St. Feitering 31, weil wir gesehen haben, dass unser Konzept ein sehr erfolgreicher Markt ist und haben auch 2021 im Sommer gestartet mit dem Restaurant. Wir haben eröffnet und seitdem sind wir eigentlich sehr, sehr gut ausgebucht. Wir sind sehr lange im Voraus ausgebucht. Man hat bei uns eine sehr extrem lange Wartezeit, aber wir freuen uns trotzdem auf jeden Gast, der neu zu uns kommt, um ihn zu inspirieren oder zu begeistern von unserer Essenskultur. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.